Guten Kegentag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Keggerino. Wir befinden uns heute bei der zweiten Folge von Es klickt live. Heute drückt mit gegen Kevin an. Ihr habt entschieden mit diesem Kommentar, der Verlierer des heutigen Videos muss eisbaden gehen. Wir fassen jedoch drei Bestrafungen in einem Video zusammen, damit es für euch nicht zu langweiligt. Dieses wird dann in ca. einem Monat online kommen. Wir hoffen, dass es heute endlich mal einen Gewinner gibt. So, dann kommen wir jetzt mal zum ersten Titel, und zwar heißt der Youngest Cats. Nichts weiter dazu, einfach nur Young. Youngest Cats! Okay. Ja, zählst du ohne. Drei, zwei, eins. Ja, den gibt's von Udin Kevwok. Eins, eins, ja! So, jetzt kommen wir zum zweiten Titel. Du kaufst dir Pflanzen und hast keine Ahnung. Das ist wirklich, ich kann mir da gar nicht auf die Fall geklärt werden. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Ja, von Varian. Kennst du den? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kenn ich auch. Ich hab ihn noch nicht so oft verfolgt. Ich hab gerade von so einem spielichtigen YouTuber. Der zeigt, wie du gewisse Pflanzen tischtest und vier Wochen bis rein. Ja, das ist sehr gut. Ich hab ihn jetzt gedacht. Ja, das ist sehr gut. So, wir werden den nächsten Titel weitergeleitet. Ah, okay. Ja, das ist jetzt 2-2. Okay. So, der nächste Titel wäre Bekifft in der Sauna. Drei, zwei, eins. Mann, mach doch mal was anderes, was gescheit ist, ne? Kann ich denn dafür gehen? Ja, das ist richtig, wie er es sagt. Also 3-3. Ey, gibt's nicht. Das hast du dir selbst ausgedacht. Ja. Das war eine Urlaub-Story. Prüße geht raus, ey. So, das sind wir beim 4. Ähm, der perfekte Shake. Der perfekte Shake. Was für ein Shake. Der perfekte Shake. Der perfekte. Mann, ich brauch Informationen. Von einer Fastfood-Kette selber hergeschneitzt. Gibt's keine Informationen. Gibt's keine Infos. Du musst überlegen. Der Titel heißt einfach nur der perfekte Shake. Bitte versuch nachzudenken, okay? Bitte verdenken. Nachsucht. Bitte. Drei, zwei, eins. Mach jetzt was anderes, Mann. Was soll ich denn da los? Den Gips ist von Gurkensohn. Ey, Jokenssohn, du kleine Fotze. Ja, was macht er da? Zwei, wahrscheinlich Gurkenmixen. Das Gurgeln ist sehr gut für Halsschmerzen, das befriedigt ist. Der nächste Titelwärter. Auf Schulweg entführt, wurde Lilly14 angeschossen. Das ist ein ganz kritisches Ding, Leute. Klinik am Südring. Ja. Also. Wird das sein? Okay. Wolltest du von Klinik am Südring sagen? Okay, okay, okay. Drei, zwei, eins. Es ist natürlich ein Südring. Es ist... Nein! 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 Ich wollte eigentlich vormachen. Das ist ein bisschen drückgeschätzt. Es gab den kleinen Content-Vorschein. Ich hab gedacht, er hat bloß gesagt, Lilly am Südring, damit wir denken, das ist real. Ich hab deswegen falsch genommen. So, jetzt der nächste Titel. Der Müllmann. TV-Total Classic. Ja, Müllmann. Okay. Drei, zwei, eins. Mehr Geld nicht. Das ist freier Fünft. Oh, Mann! Der nächste Titel. Noch mehr Geld von Promis abzocken. Okay. Drei, zwei, eins. Ey, Arvind. Safe. Ja. Ey, ich hab mir jetzt erst gesehen. Das war doch auf diesen hier Kinder- oder Kinderspenden-Marathon. Ich bin bei... Kinderspenden-Marathon. So, kommen wir zum nächsten Titel. Ja. Doodle Mario World. What the fuck, Alter? Surrender. Surrender. Keine Ahnung. Drei, zwei, eins. Ach, Junge. Oh Mann. Wie ist der? Jo. Ich weiß nicht. Das gibt's von Tomari. Kennt ihr den? Ja. Nee, ich hab keine Ahnung. Der alte Kaffee von Revie. Genau, der hat mich mal auf Insta angeschrieben. Oh, Digga. Amte Scheiße. So, der nächste Titel. How to be white. 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 Ja, white. Ja. Drei, zwei, Drei, eins. Zäh. Ein freier Hund. Ja, ich geb' euch. Ich bin reich. Scheiße, ich kenne das Video noch, bevor das hier hochgeladen wird. Und dann gibt's das Video. So, wir sind jetzt schon beim letzten Titel. Ich spüre schon. Also, du kannst maximal ausgleichen. Nee, wir brauchen einen Gewinner. Ich bin der erste Gewinner in der Geschichte von Es Bidle. Okay, okay. Ich bin schon ein Geschichtsbücher. Der Titel lautet The Dog Piello. Okay. Drei, zwei, eins. Yo. Ja! 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 Warum damit ist Kevin der Sieger? In erster Stelle freue ich mich natürlich für Mehmet. Ist natürlich nur Nutella, Digga. Ist klar, ne? Ja! Ja!